WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Hint fang, Hint fang. Hint fang. Hint fang. Hint fang, Hint fang, fought ich. Hint noch fundamentals spoilerieren. bef hoor weak Alleiden weil es bagsför obed shows Naft shott. Auf Matte 2 wird Sieger Totselgel aus Leipzig. Nächster Kampf auf Matte 2, Kampf Nummer 109. Philipp Dietrich, ZSG Walters raus, gegen Philipp Haukes-Rostgerät aus Torbenloh. Auf Matte 1 wird schon der Sieger der Sportfrau mit roten Klikot, Finn Breuer, R.V. Thalheim. Nächster Kampf auf Matte 1, Tim Kuhlschmerz auf der Jungen-Rostgerät aus Torbenloh.